Dieses zum Kauf angebotene sanierte Einfamilienhaus wird im Kreis Ostallgäu erbaut. Dieses im Bau befindliche Haus wird 1630 fertiggestellt und verfügt über zwei Etagen. Es wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Keller und zwei Garagenparkplätze. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 2000 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 450 Quadratmetern auf. Das Haus hat einen Kaufpreis von 670.000 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Bis zum nächsten Mal.